Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist die Maschinenfabrik. 1904 erbaut als Kranhalle der Maschinenbaugesellschaft Heilbronn, in der sich die Montage- und Kesselschmiede befanden. 2020 wurde hier das Kulturzentrum eröffnet. Eine Heimat für die freie Kulturszene. In der Maschinenfabrik findest du heute Veranstaltungsräume mit Bühnen und Technik, Proberäume, ein Tonstudio und eine Kulturgastronomie. Erlebe hier Konzerte, Comedy, Poetry Slam, Theater, Kunst und so viel mehr.